Hi, ich bin Martina und ich bin Alex. Was ist denn los Alex? Mein Nacken ist so verspannt, weil ich den ganzen Tag am Laptop sitze. Ich habe genau die richtige Übung für dich. Gehen wir. Bevor wir loslegen, lass es mal aufwärmen. Dann starten wir. Dafür laufen wir auf der Stelle, nehmen die Arme vor die Brust und wippen auf und ab. Nun überkreuzen wir die Hände. Immer hin und her und bleibt auf Schulterhöhe. Zur letzten Übung. Wir greifen an die Decke, streckt euch ganz weit. Das machen wir jetzt noch 10 Sekunden. Gut, das wäre jetzt aufgewärmt, oder? Ja, jetzt zeige ich dir meine Übung. Diese Übung kommt aus dem Yoga und ist eine Variante des Bali Tanzes. Los geht's! Ich zeige dir jetzt den ersten Teil. Bringen wir die Hände zur Mitte. Tief einatmen. Und bei dem Ausatmen bringen wir die Hände zur Hüfte und die Ellenbogen nach vorne. Beim Einatmen öffnen wir uns. Ausatmen, locker lassen und die Schulter hängen nach unten. Halten. Halten, die Hände drehen und die Schulter nach hinten ziehen. Wiederholen wir nochmals. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen, die Ellenbogen nach vorne. Beim Einatmen öffnen wir uns. Die Schulter bleiben immer locker. Ausatmen, Hände drehen und die Schulter nach hinten ziehen. Wiederholen wir ein drittes Mal. Ein, aus, ein, aus, halten und nach hinten ziehen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Tief einatmen. Und bei der Ausatmung kreuzen wir die Hände hinter den Kopf und ziehen wir das Kopf nach unten. Ein, wieder hoch. Aus, wieder runter. Bei der Einatmung strecken wir uns noch einmal. Und bei der Ausatmung kommen wir wieder zur Mitte. Wiederholen wir dieses zweite Teil von hier. Ausatmen. Die Schulter ziehen nach hinten. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Ein, wieder hoch. Ausatmen. Ein, wieder hoch. Ein, sich wieder rücken. Ausatmen. 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 Ellenbogen nach vorne. Eine. Eine. Und aus. Locker lassen. Die Schulter locker. Jetzt die Schulter nach hinten ziehen. Einatmen. Atmen. Ausatmen. 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 lin, sich nach oben rücken. und aus. Das wiederholen wir noch zusammen. Ausatmen. Ein. Aus. Nach hinten ziehen. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Und aus. Wiederholen wir ein letztes Mal zusammen. Tief einatmen. Aus. Ein. Aus. Nach hinten ziehen. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Und aus. 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 Wie fühlst du dich jetzt? Ja, schon besser. Und jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen. Dazu nehmen wir die rechte Hand, legen sie links auf unseren Kopf. Bitte nicht am Kopf ziehen. Die linke Hand drückt ihr bitte zum Boden. Schulter nach unten. Nun wechseln wir die Seite. Nehmen unsere linke Hand, lassen unseren Kopf nach links fallen und drücken unsere rechte Hand zum Boden. Gut, jetzt bin ich wirklich aufgelockert. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir sehen uns bald wieder bei Short Break. Sport Break. Tu bist. Uh. Oof!